Hallo Helmet, heute ist endlich mal wieder dein Geburtstag. Du bist jetzt exakt 88 Menschen Jahre alt. Ich habe wirklich nie im Leben gedacht, dass ich jemals so unglaublich alt werden würde. Wir aber schon. Wir wissen aus Erfahrung, dass du zu überdurchschnittlichen Leistungen imstande bist. Wie fühlst du dich denn an deinem 8. Schnapszahljubeltag? Ach Kinder! Otto! Äh Ollo! Äh nein, Oliver! Ach weißt du, ihr Guten, dass ihr überhaupt an mich denkt. Und, dass ihr alle da seid. Darüber freue ich mich schon sehr. Das macht mich wirklich froh und glücklich. Ich danke euch allen. Ist doch klar, Vater, dass wir alle hier sind, um dich herzlichst zu beglückwünschen, unseren lieben, Greisenkäfer. Es geht uns allen gut. Wir haben keine wirklichen Sorgen. Das ist und war für mich das Wichtigste überhaupt im Leben. Ja, da hast du völlig recht. Und ohne dich gäbe es uns glückliche alle nicht. Außer der Helga natürlich. Jawohl, das Sternchen ist genetisch ganz und gar unabhängig von mir. Naja, daran lässt sich wohl jetzt auch nichts mehr ändern. Eure Mutter ist grundsätzlich nicht zu ändern. Wir wollen dies einfach mal so stehen lassen, Helmut. Denn, heute stehst du ganz allein im Zentrum unserer liebenden Aufmerksamkeit, ob dir das passt oder nicht. Ach. Nein. Bitte nicht. Es ist schon merkwürdig, wie schnell doch das Leben so vorbeizieht. Weißt du, Helm, dass ich mich manchmal tatsächlich älter fühle als du. So im Vergleich. Wie gibt es denn sowas? Das kann doch gar nicht sein. Weißt du, alles ist relativ. Und alles kann sich auch ganz schnell wieder ändern. Morgen kann die Welt schon wieder richtig geordnet sein und dann bin ich wieder angemessen jünger als du. Dann stimmt alles wieder in seiner Verhältnismäßigkeit, in der Rangfolge der Seniorität in unserer Familie. Durcheinander sind nie ganz auszuschließen. Ich habe für euch gekocht. Es gibt heute ein 88-Gänge-Geburtstagsmenü. Ich habe eine Liste gemacht, damit auch alles planmäßig ablaufen kann und nichts durcheinander gerät. Oh, Vater. Dann werden wir jeden Gang fotografieren und im Anschluss daran archivieren. Dann können wir das 88-Gänge-Menü. Solltest du einmal nicht mehr unter uns sein, logistisch, koch- und anrichtungs- und serviertechnisch problemlos nachkochen. Ich werde euch jetzt vorlesen, was es alles gibt. Bitte nehmt dazu jetzt Platz und redet nicht alle durcheinander. Meinst du nicht, Helmet, dass du erst einmal deine Geburtstagsgeschenke auspacken solltest? Schau, es sind genau 88 Geschenke für dich. Alle einzeln und individuell verpackt. Um Himmels Willen. Keine Sorge, alles ist selbst gebastelt. Kinder, ihr sollt nicht. Wir haben aber die Mädchen, Antonia und Olivia, haben ein geschlagenes halbes Jahr heimlich im Schulunterricht gearbeitet. Und der Jakob hat alle Senioren im Pflegeheim eingespannt. Deine Tochter Katrin ist an ihre absoluten Grenzen gelangt neben ihrem Ganztagsjob. Und die Helga war, wie immer, Tag und Nacht aufs Äußerste konzentriert beschäftigt. Und ich habe, nur dir zuliebe, alle meine schwer erkämpften sozialen Kontakte grob vernachlässigt. Aber, das war doch nicht nötig. Das überlass mal lieber uns. Wir entscheiden hier was nötig und was unnötig ist. Ach, wäre ich noch bloß nicht so alt geworden. Helmet, was soll denn das jetzt? Jetzt freu dich doch einfach an unseren Geschenken. Weißt du, wir fangen schon morgen an, uns auf deinen nächsten Geburtstag vorzubereiten. Und das Grobkonzept für deinen 99. Geburtstag steht in den Grundzügen auch schon fest. Wir arbeiten jetzt parallel, denn auch die Mutter will bedacht werden in regelmäßigen Abständen. Sie ist, wie du ja weißt, die anspruchsvollere von euch beiden. Auch wenn sie das immer verneint. Ja, darüber bin ich mir bewusst. Die Heckenschere vor 34 Jahren hat sie mir immer noch nicht verziehen. Die meisten meiner Geschenke sind eigentlich durchgefallen, wenn man es genau nimmt. Zumindest habe ich ihr Verhalten so interpretiert. Es ist nicht leicht sie zufriedenzustellen. Wir geben trotzdem immer alle unser Bestes. Auch wenn wir das Ziel nie erreichen, wir versuchen es trotzdem. Es geht um die Einzigartigkeit, das Herausragende. Und das ist es wert. Das ist unsere Tradition. In der Geschichte der Menschheit wird es vermutlich trotzdem untergehen oder vielleicht sogar vollkommen unbemerkt oder einfach unbedeutend bleiben. Aber, um was geht es denn dann im Leben? Es geht im Leben vor allem um Zufriedenheit. Zufriedenheit finde ich aber auf die Dauer etwas langweilig. Da spüre ich überhaupt keine Energie. Wo ist denn da die Dynamik, die Weiterentwicklung, insbesondere in kultureller Hinsicht? Du bist ja wie deine Mutter. Die gibt auch nie Ruhe. Man muss alles aus einer erweiterten Perspektive betrachten. Chillen ist heute angesagt. Nimm dir ein Beispiel an deinem Neffen Jakob. Ja, der Jakob, der wird diese Familie von der Geißel der dauerangespannten Besessenheit befreien und uns in eine neue, schwerelose Zukunft führen. Auch die Zwillinge werden ihren Befreiungsbeitrag leisten? Da bin ich mir absolut sicher. Ich mir auch. Einhundertprozentig. Sie werden 88 Abkömmlinge produzieren, jede 44, das heißt, jede 22 Zwillingspaare. Und jedes Kind bekommt drei Vornamen, damit sie im Laufe ihres Lebens variieren können, je nach Situation und Lebensgefühl. Das macht insgesamt 264 Vornamen, ohne Wiederholungen. Der Name Helmut muss in der Familie unbedingt fortbestehen. Das musst du jetzt gleich testamentarisch verbindlich verfügen. Der Name Helmut darf wiederholt werden, der Name Helga natürlich auch. Ich habe noch so furchtbar viel zu erledigen. Wie soll ich das alles bloß noch schaffen? Keine Sorge, Helmut, du hast noch ausreichend Zeit für alles. Dass du alles immer mit Ruhe und Gelassenheit machen kannst, das wünschen wir dir alle zum Geburtstag heute. Unter vielem anderem, natürlich. Danke. Applaus Vielen Dank.